Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warplanes mit Eurem Caruso. Schön, dass ihr reinschaut. Hier fliegen wir in der Klasse 2 Flugzeug von den Engländern, die sogenannte Bulldog. Schauen wir, ob wir da reisen. Letztes Mal lieb es ja richtig, richtig, richtig gut. Und dann werden wir mal schauen. Ich hoffe mal, wir können weiter. Heute auch etwas erfolgreiches wie letztes Mal. Ich bringe es gerade ein bisschen ab. Ich gehe ein bisschen höher. Das ist der Nächste. Ich habe mich ausgetrickst, oder was? Ich habe mich ausgetrickst, oder? Ich habe mich ausgetrickst, oder? Ich habe mich ausgetrickst, oder? Ich kann gleich hier unten helfen. Komm, 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 komm. Es läuft, läuft, läuft... Schön! Unter mir einen. Dich kriege ich. Das war ein Fehler. Ich habe noch gar keine Verluste. Das ist doch sehr schön. Ich muss ein bisschen Gas geben. Läuft. Das ist ein Bomba, glaube ich. Kann das sein? Die Jäger sind am schlimmsten. Wo ist er? Da ist er. Da greift unsere Stützpunkte an. Ah, komm, Stützauf, 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 geht doch. Komm, Leute. Ist schon schön gemacht. Das ganze Feld und die Berge und die Haiehäfen. Das war nur klasse. Das ist auch so ein Bomba, glaube ich. Wie das sich nennen. Man würde da hinten nicht rumfliegen. Da, die bleiben zusammen. Dann muss sie als erstes. Dann da hinten als erstes. Dann da. Komm, 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 komm. Der hat mich gestreift, die Sau. Jetzt holen sie mich. Sehe ich schon. Dann da hinten. Komm, 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 komm. Das war die Flugabwehr. Niederlage kann ich, finde ich schade. Das war aber diese Halbaffen hier, die die Sachen bombardieren, anstatt hier zu helfen. Also die Jäger, ich rede von den Jägern. Das ist mir schon sehr, sehr oft aufgefallen. Aber nicht schlimm, wir haben ein bisschen was gerissen. Was ist denn das Team-Erfolger? Ah. Sieben Stück wieder runtergeholt. Die Pappnassen machen nichts. Okay, gut. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch einen Daumen da. Würde mich sehr freuen. Und Kommentare nicht vergessen. Ich beantworte. Vielleicht habt ihr noch, wie gesagt, Tipps, Tricks, was auch immer. Und wer noch keinen Daumen hoch abonniert hat, meinetwegen, dann hat so ein Abo da. Dann zählt noch viel mehr von mir. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass ihr zuschaut. Ansonsten in diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Schönen Abend. Bis dahin. Euer Garouso. Bye, bye.